Hör zu, schreib dir bitte noch ein paar Namen auf, ja? Sarah Medina, Miguel Ramos, Pablo Salazar, das sind alles Neugeborene. Die sind bei der Geburt gestorben. Versuch bitte so viel wie möglich über sie rauszukriegen. Ich weiß, das ist nicht leicht, aber... Tote Babys. Warte mal eine Sekunde. Agatha? Was ist denn? Liebling, du musst etwas über den Gouverneur Miguel Guzman und seine Ehefrau Clara rausfinden. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich hab dir ein Bild geschickt. Sieh es dir an, sobald du Internet hast, okay? Bye.